Was ist hier los? Das möchte ich auch gern wissen. Die S-33 wird sich mit dem U-Boot treffen und sich als das deutsche Versorgungsboot ausgeben. Wir werden es kapern und die Enigma erbeuten. Runter da! Wir haben sie. Ich habe hier keinen Durchblick. Hier sieht es völlig anders aus als bei uns. Wasserbocken. In 60 Sekunden wissen die, wer wir sind. Feuer Sie oder wir gehen draus! Wasserbocken. 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 Wasserbocken.